Guck dir mal bitte an, wie er aussieht. Allah, schau ihn bitte an. Hast du schon gesehen? Guck dir mal bitte an, wie er aussieht. Es sei denn, er verändert sich jetzt gerade wieder. Komm mal kurz wieder, komm mal kurz wieder. Mach doch. Na komm mal wieder, ihr Husserl! Assalamu alaikum. How are you? Zeig mal. Arafat, er trägt O-Ringe, er trägt O-Ringe. Und er trägt, hier, er macht die Alufolie, den Grills. Ich bin in Amerika umziehen. Kapital Brad droht mir. Kapital Brad droht mir. Wallah Paparia droht mir mit Mord. Wallah. Das ist ein Stück Schreie. Lass ihn doch mal reden. Zwei Typen haben mich heute angerufen. Zwei Typen rufen mich heute an. Er droht mir, dass er mich findet. Komm uns treffen, sagt er nach Berlin. Oder ich komme nach Hannover. Sag, wo du wohnst, schickst an den Standort und so. Er droht mir mit Morden und so. Ich muss mein Style ändern. Ich will komplett nach Amerika umziehen für immer. Was droht er denn mit der Polizei? Nein, mit ein paar Leuten. Warum droht er denn? Ein, 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 ein Vormann droht. Verstehe ich auch nicht. Ist er auch ein, ist er ein Vormann? 100%ig. Sag, Wallah, damit ich glaube. Ja, Wallah ist ein Vormann. Ich sage es, er ist ein Vormann, er ist ein Zink, er ist ein Junkie. Ich sage es, er ist ein Vormann. Ich sage es, er ist ein Vormann. Ich sage es, er ist ein Vormann. Das George Glockenzt, er ist ein Vormann. Ich sage es, er wird ein Vormann. Weil ich sage es, er ist ein Vormann.